Ja, vor allem das Ding ist halt, wenn wir die sich mitten auf die Straße stellen und die Nagelbänder abführen, dann liegen wir da einfach vorbei fahren. Richtig, weil da die Polizei sieht. Ja eben. Und deswegen hasse ich diese unfähigen Leute. Das muss ich nicht sehen. Ja, wir können einfach pokern. Legt dann eure Position auf die Straße. Das können wir nicht mehr schaffen. Das schaffen wir nicht mehr. Wir sollen jetzt einmal die Straße blockieren. Ja, aber was machen die denn da? Das wäre einfach für euch einsatz. Oh Gott! So, ohne Mist, man hat auch ne verschissene Karte und kann doch mal da drauf gucken. Alpha ist gerade noch dahinter. Ja, verstanden. Boah, Legsse. Ja. Haben den Entführer gekauft. Ja, das hat sich ums Verrecken, ne? So, der Hammett ist gleich wieder ab. Weißt du? Einfach mal auf die Karte gucken. Denken, hm, der bewegt mich auf die Zuge. Sind wir vielleicht insgesamt, weiß nicht, 180 kmh schnell. Und wenn man noch 100 Meter zwischen uns haben, könnte das sein, dass wir gleich aufeinander treffen. Also gleich einfach mal stehen. Nein. Ja, guck, wir liegen jetzt genau auf der Dock vom Dring-Tilat, falls ihr nochmal zurückkommt. Genau, mach das mal. Jetzt. Das ist gut. 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 رفflbad. Das sind riesige Ereấ. Verfolgung. Meine Güte. Oh, verpackt! Toll! Du bist so ein Idiot. Ich hab den nicht mal berührt. Doch. Nein. Ich hab den nicht berührt. Doch. Nein. Du bist hinten auf ihn aufgesetzt, als er sich gedreht hat. Hab ich nicht. Ich geh sofort da ran an den Typen Ich hab ein Video davon wie ich den nicht berührt hab Ich hab's auf Video, ich hab den nicht berührt Also bei mir hast du glaub ich drauf aufgesetzt Äh Rao, bescheid doch mal mal den Mohawk von dem bitte Wir kümmern uns um den Hamid, bescheid doch mal bitte den Mohawk Hat der Hamid überlebt? Das Fabrik des, das Fabrik des wieder, richtig Drogen Dealer Ja ich weiß aber ihr hört zurück den Mohawk schlagnahm vom FDK Wir kümmern uns um den äh Ich spawn mal nur Tira Nicht Eh Haku Lol ich hab meine Sachen wieder Echt? Ich ne Wo spawnt ihr? Eh Haku? Atira, Atira Ich hab den definitiv nicht berührt Zur 100% du hast Line aufgesetzt Jetzt hab ich die MX doch noch Du hast den Baum glaub ich mitgenommen